Thomas, schön, dass du dir Zeit nimmst, ein Käffchen lang mit mir zu reden, mit uns zu reden. Bist du regelmäßiger Kaffeetrinker? Ja, es ist auf ganz kuriose Weise passiert, dass ich zum Kaffeetrinker geworden bin. Aber mittlerweile trinke ich auch immer schwarz. Ich muss nachfragen, was heißt kurios? Ja, schon zu Spielerzeit, weil ich war nie ein Kaffeetrinker, hat mir nie, muss ich sagen, geschmeckt. Und dann waren wir mal mit der Mannschaft da mit einigen Spielern in der Stadt eingeladen. Da gab es dann Espresso, keiner wollte. Und dann habe ich gesagt, komm, das kann man nicht machen. Und dann habe ich getrunken. Und es war eigentlich ganz gut, so ein kleines Schlückschen. Und aus dem ist dann immer mehr geworden, sodass dann auch ein ganzer Kaffee geschmeckt hat. In welchen Situationen trinkst du am liebsten Kaffee? Also was ist so deine Idealvorstellung für einen Espresso? Ja, eigentlich morgens schon einen normalen schwarzen Kaffee. Aber jetzt seit ich hier auf Schalke bin, ist eigentlich so traditionell morgens hier im PLZ dann schon doppelt Espresso zu trinken und natürlich vor dem Spiel dann ein bisschen Kaffee nach dem Spiel, um die Stimme wieder ein bisschen zu ölen. Also ich bin eigentlich schon ein regelmäßiger Kaffeetrinker. Und ist das für dich auch teilweise Entspannung, wenn du was weiß ich mal frei hast und irgendwo sitzt? Oder ist das wirklich einfach nur Alltag? Natürlich ist es auch mal schön, wenn man vielleicht mal in einem Kaffee sitzt und dann mal entspannt einen Espresso oder einen Kaffee trinken kann. Aber im Großen und Ganzen trinke ich auch zu Hause und genieße eigentlich dann, wenn man mal frei hat, auch die paar Stunden. Wobei kannst du sonst noch abschalten? Ja, jetzt gibt es schon mehrere Dinge eigentlich. Also wir haben uns seit kurzem auch einen Hund zugelegt. Das ist pure Entspannung, wenn man dann mit dem Hund auch spazieren geht. Ich bin auch leidenschaftlicher Motorradfahrer, was natürlich nicht immer ganz ungefährlich ist. Aber man versucht schon dementsprechend vorausschauend zu fahren. Ich bin jetzt nicht der Heizer, sondern mehr so der Cruiser. Auch das hilft, um manchmal runterzukommen bei schönem Wetter. Und das sind die Dinge. Und auch mit meiner Frau halt möglichst viele, viele Stunden zu genießen. Und das sind die Dinge, wo man ganz gut entspannen kann. Vor rund 30 Jahren bist du zum ersten Mal ins Ruhrgebiet gekommen. Dann warst du ganz lange hier. Zwischenzeitlich warst du noch mal in Augsburg, in Trier, in Mannheim. Bist dann aber wieder zurückgekommen. Was schätzt du an dieser Region? Ja, zum einen war es natürlich erst mal ein Vorurteil, was man als Mensch hat, wenn man aus dem Süden kommt. Ruhrgebiet, Grau, Kohle, dreckig. Die Städte nicht ganz klar, sag ich mal, was den Himmel anbelangt. Und dann wurde man natürlich eines Besseren belehrt. Und ich habe mich da einfach von Anfang an sehr wohl gefühlt. Die Menschen sind sehr offen gewesen. Auch direkt haben wir auch einem ins Gesicht gesagt, wenn ihnen was nicht passt oder gefällt. War am Anfang eine kleine Umstellung. Aber so bin ich dann letztendlich dann auch weiterhin die nächsten Jahre durchs Leben gegangen und habe mir dann auch vieles angeeignet und denke, dass ich auch ein sehr direkter Mensch geworden bin. Du trägst derzeit und hoffentlich auch noch sehr, sehr lange so einen cremefarben, vanillefarbenen, weißen, man mag sich darüber streiten, Pulli. Da steht unter anderem drauf, SIS ist Gelsen. Identifizierst du dich schon mit dieser Stadt? Ja, definitiv. Also ich meine, ich habe angefangen bei meinem vorherigen Verein, beim VfL Bochum, über meine Frau dann auch Sachen vom Verein zu tragen. Letztendlich denke ich mal, bin ich ja Teil des Vereins. Und mir macht das auch Freude. Und ich finde, die Sachen sind auch sehr, sehr schön. Natürlich wird jetzt dieser Pulli sehr aufgebauscht. Die Geschichte, die so ein bisschen dahinter steckt, dass wir im Moment ungeschlagen sind, wir wollen es natürlich auch weiter noch bleiben, wird dann natürlich auch von der Öffentlichkeit sehr auch irgendwo gefordert, den weiter zu tragen. Normalerweise trage ich immer verschiedene Sachen, aber ich bin gerne bereit, den bis zum Ende der Saison zu tragen, weil ich denke, dann haben wir mit Sicherheit ein gutes Ziel erreicht. Aber muss das für dich nicht eine Entspannung sein, wenn sowas ein Gesprächsthema ist? Weil dann können unsere Probleme ja nicht so groß sein. Ja, das ist natürlich immer dann letztendlich auch schön, wenn diese Dinge Mehrwertigkeit finden, wie vielleicht auch mal eine negative Geschichte. Aber auf Schalke ist es ja immer so, dass es nie langweilig wird, dass immer neue Geschichten auftauchen. Und wenn jetzt mein Hoodie Teil der Geschichte ist, die im Moment mit positiven Dingen verbunden wird, nehme ich das sehr gerne in Kauf. Wenn man dich so erlebt, dann bekommt man das Gefühl, dass du eigentlich ein sehr offener Mensch bist, den man auch, ich sag mal so, auf einem freien Samstagabend an der Theke treffen könnte und mit dem man ins Gespräch kommt und schnell auch dabei ist, Anekdoten auszutauschen. Trifft das? Erkennst du dich in dieser Vorstellung? Ja, auf jeden Fall. Natürlich baut man automatisch ein bisschen ein Schutzschild auf. Man bekommt ja auch Erfahrungen mit, man erlebt selber Dinge, die einen ja irgendwo ein bisschen prägen. Trotzdem habe ich gesagt, so war ich schon immer. Ich weiß, woher ich komme, aus welchem Verhältnis ich komme. Meine Eltern haben immer gearbeitet, haben dann ein Haus gebaut, wo ich da mitgeholfen habe. Gewisse Dinge im Haus, ob es Kleinigkeiten waren, wo man Geld sparen konnte. Und für mich ist das ein Beruf, der in der Öffentlichkeit steht. Deswegen sind wir auch sozusagen immer Wipps, weil das natürlich Fußball Nummer eins Sportart in Deutschland ist. Aber für mich ist es einfach nur ein Beruf und ich versuche, der zu bleiben, der ich immer war. So wie ich gerade gesagt habe, natürlich ein paar Dinge muss man verändern. Aber ich werde immer offen sein und mir ist es lieber, wenn man ein offenes Gespräch führt, wie hinten rum. Und deswegen bin ich damit sehr gut gefahren. Und das ist auch meine Art, wie ich auch zurechtkomme durchs Leben. Und ich denke, dass meine Art deswegen auch ganz gut ins Ruhrgebiet passt. Wie kommst du denn damit klar? Du sagst, wir sind immer mal wieder oder sind Wipps, wie man das auch immer auslegen möchte. Wie kommst du mit so einer Situation klar, wenn du in die Tankstelle kommst und jemand sagt, hallo, Herr Reis oder du einkaufen bist oder so angesprochen wirst? Ja, zum Einen gehört es ja dazu. Trotzdem versuche ich halt ganz normal zu bleiben, weil ich kann es ja nicht ändern. Also deswegen bekomme ich meinen Einkauf ja auch nicht geschenkt. Und ich gehe halt gerne mit den Menschen sehr offen um, weil es ist schön natürlich, wenn man erkannt wird. Manchmal ist es auch ein bisschen stressig, aber Augen auf bei der Berufswahl sage ich immer. Und ich habe einen tollen Beruf, der mit Sicherheit sehr anspruchsvoll ist, wo man von Woche zu Woche die unterschiedlichen Arten des Geschäfts kennenlernt. Und deswegen genieße ich einfach das. Und aber nochmal, für mich ist das ein normaler Beruf, der ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht. Für mich sind die schönsten Komplimente, wenn man sagt, da ist er ganz normal und vernünftig, dann weiß ich, ich bin auch weiterhin auf dem richtigen Weg. Weil du vielleicht normal und vernünftig bist, kann man dich auch auf die Palme bringen. Du hast in der vergangenen Woche die Mannschaft öffentlich kritisiert. Äckst du mit dieser direkten Art auch manchmal an? Ja, mit Sicherheit. Ich meine, diese Art hat mich ja vielleicht auch, ja, wird auch das eine oder andere Mal vielleicht auch mal einen Job kosten können. Ich meine, als Spieler war ich genauso und ich war kein einfacher Spieler. Deswegen denke ich, kann ich mit gewissen Spielercharakteren auch ganz gut umgehen, weil ich war kein einfacher Charakter. Aber ich war halt immer geradeaus. Und ich glaube, dass kein Trainer irgendwas Negatives sagen kann. Die wusste immer, woran sie bei mir sind. Wenn mir was nicht gepasst hat, habe ich das geäußert und so ist bei der Mannschaft auch. Und ich denke, wenn man auch sieht, wenn man das von Kritik natürlich, war ich damit nicht einverstanden. Das war eine Frage, die habe ich beantwortet. Aber ich habe keine einzelnen Spieler angegriffen, sondern ich werde immer im Kollektiv das machen. Und wenn ich einzelne Spieler kritisiere, dann mache ich das intern. Und das wird auch dann von meiner Seite aus nie in die Öffentlichkeit kommen. Kritik ist aber nicht immer einfach zu akzeptieren. Wie kommt das oder wie kommt so eine Kritik in der Mannschaft an? Kommen sie dann zu dir und spiegeln dir das wieder und sagen, Trainer, ja, hast du recht gehabt. Wir müssen uns zusammenreißen. Oder merkst du dann, dass da so, ich sage mal, die Gesichtszüge nach unten gleiten? Nein, ich bezeichne ja auch, die Kritik hört sich natürlich immer sehr, sehr negativ an. Und deswegen bezeichne ich es immer als Feedback. Sie bekommen ein Feedback von mir, wie ich gewisse Dinge halt sehe und wie ich meine Meinung dazu äußere. Und das ist ja auch dem die Schulde, weil manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man auch mal höherklassig Fußball gespielt hat. Und ich habe ja auch bei Vereinen gespielt, wo es ja, also gerade in Bochum, wo es halt permanent um Abstieg auch ging. Und dann weiß man halt, welche Situationen halt eintreten können und warum, weshalb. Ich habe auch völlig das Verständnis gehabt, auch gegenüber der Mannschaft, warum, weshalb man jetzt vielleicht auch in Augsburg mental nicht ganz auf der Höhe war. Weil das hat alles Energie gezogen, wo wir, wir dürfen eines nicht vergessen, wo wir herkommen. Und das wird halt sehr schnell vergessen, vielleicht auch von draußen. Und da versuche ich halt einfach nur der Mannschaft immer wieder wieder zu spiegeln, dass alles im Rahmen ist, dass wir wirklich auf einem guten Weg sind. Und wenn mir halt ein Training nicht gefällt, dann äußere ich das, ja. Braucht man als Trainer ein dickes Fell? Also nicht nur, weil die Öffentlichkeit einem ständig auf die Finger schaut, sondern auch, du ja in der Kabine einzelne Spieler Entscheidungen mitteilen musst, die den Spieler dann definitiv enttäuschen werden, wenn er zum Beispiel nicht spielt oder gar nicht im Kader ist. Ja, definitiv. Du wirst als Trainer nie recht machen. Ich meine, wir haben hier ein großes Stadion, da hast du 62.000 Leute, im Normalfall gefühlt knapp 60.000 eigene Fans, die Schalke-Sympathisanten sind. Jeder hat seine eigene Meinung. Da musst du als Trainer dann dementsprechend drüberstehen, weil ich denke, dass ich ein Training immer gut beurteilen kann oder eine Trainingswoche, die die meisten natürlich nicht beurteilen können und jeder sich Gedanken macht, warum, weshalb trifft er diese Entscheidung. Ich treffe Entscheidungen, weil hinter diesen Entscheidungen stehe ich. Und ich habe auch gesagt, ich würde mir nie in eine Entscheidung reinreden lassen, weil das wäre das Schlimmste, wenn ich nicht in den Spiegel schauen könnte und egal, ob das mal positiv oder negativ ist und würde dann sagen, boah, das war ja eigentlich nicht deine Entscheidung, aber du musst dahinterstehen und deswegen treffe ich lieber die Entscheidungen selbst, weil dann kann ich dahinterstehen und kann auch damit umgehen, ob die jetzt gut war oder negativ. Aber ein dickes Fell brauchst du definitiv. Öffentlichkeit sowieso, weil da wird ja auch immer das Haar in der Suppe gesucht und damit musst du klarkommen und wie gesagt, ich habe jetzt zwei Vereine, ja, durfte ich bisher Trainer sein und dass auch da ist ein himmelweiter Unterschied, was medial hier auf Schalke alles passiert und möglich ist und da musst du einfach ein dickes Fell bekommen. Wenn du sagst, in Entscheidungen lässt du dir nicht reinreden, aber bist du bereit zu diskutieren? Definitiv, also wenn ich sage, letztendlich, wenn ich eine Entscheidung treffe, da stehe ich zu 100 Prozent und auch mein Trainerteam. Wir sind auch im Trainerteam nicht immer einer Meinung und das ist ja auch gut so, weil es geht nicht darum, dass einer den Zampano machen will oder zumindest bin ich nicht so, den Zampano machen, weil man hört sich gewisse Dinge an und das ist dann völlig egal, ob das mit Markus ist, mit dem ich natürlich schon länger zusammenarbeite, der seine Meinung hat oder ob es dann vielleicht auch mal ein Matze Kreuzer ist, der von der Tribüne aus gewisse Spielsituationen sieht, wo man auch danach drüber spricht und es geht immer um die Sache, weil natürlich stehst du als Trainer unter Strom, auch beim Spiel und andere haben vielleicht eine andere Perspektive und sind vielleicht in dem Moment nicht direkt am Spielfeld dran und haben dann nochmal ein ganz anderes Gemüt, um eine Situation vielleicht nochmal anders einzuschätzen und dann spricht man drüber und dann kommt man auf einen Konsens und versucht das halt in Zukunft dann auch mit der Mannschaft gut umzusetzen. Wir hatten gerade schon mal das Bild des dicken Fells, aber inwieweit muss auch die Mannschaft ein dickes Fell haben, weil ich stelle mir das vor, du hast selber gesagt, wo kommen wir her, jetzt haben wir in den letzten beiden Partien, haben wir dreimal zurückgelegen, sind dreimal zurückgekommen, wie bekommt man Selbstbewusstsein in eine Mannschaft, die so weit unten gestanden hat und wie die um den Klassen erkennt und wie kann man bei denen ja Zweifel im Keim ersticken? Zum einen muss man vorleben und man muss ja den Glauben auch haben, gewisse Dinge zu erreichen. Hätte ich den Glauben nicht gehabt, wäre ich nicht auf Schalke gewechselt. Ja, weil ich war natürlich, in dem Moment war ich freigestellt und habe halt die Möglichkeit gesehen, hier Trainer zu werden in einer ganz schwierigen Situation, wo jeder auch gesagt hat, natürlich versucht man die Mannschaft zu kitzeln. Wenn jeder schreibt, die Mannschaft ist nicht bundesligatauglich, eigentlich hast du schon verloren, wie oft war man jetzt schon abgestiegen? Ja, auch nach Augsburg war jetzt schon so um, wenn man gegen Augsburg nicht gewinnt, dann ho, gegen wen wollen sie dann gewinnen? Und das sind halt alles die Zweifel und diese Zweifel müssen wir immer beseitigen. Und wie gesagt, man muss es vorleben, man muss die Mannschaft kitzeln, man versucht der Mannschaft zu helfen, man versucht eine Philosophie reinzubringen und natürlich helfen dann auch Ergebnisse. Ja, weil wir wurden ja auch ein bisschen, ja letztendlich war es ja auch kritisch in der Länderspielpause in der Langenen, kein Spiel gewonnen, kein Testspiel. Ja, auch da muss man drüberstehen. Letztendlich zählt die Liga, dann haben wir die ersten Spiele in Frankfurt verloren, wo jeder gesagt hat, ja, dann kam das Leipzig-Spiel, wo der Abstieg schon besiegelt war und dann versuchst du auch zu sagen, pass mal auf Freunde, ja, manchmal können halt solche Ergebnisse auch nochmal heilsam sein und deswegen haben wir dann gesagt, es waren 4 zu 0 Spiele in beide Richtungen, auch die wurden beäugt, belächelt. Ich habe gesagt, wir kriegen Stabilität dadurch rein und es wird sich zeigen, wenn wir das erste Spiel gewinnen, was diese vier Spiele wert waren. Ich sage, die sind ganz viel wert und deswegen muss man uns immer wieder überzeugen und natürlich helfen dann auch irgendwann Ergebnisse. Und im Moment sind die Ergebnisse da, auch wenn es jetzt gegen Augsburg, ja, für jeden anscheinend gefühlt eine Niederlage wieder war, wenn einer vor dem Spiel gesagt hätte, wir wollen Augsburg, die übrigens noch kein Rückrundenspiel verloren haben. Die haben alle gewonnen, glaube ich, mit 1 zu 0 und gegen gute Mannschaften. Zu Hause. Das wird auch vergessen. Natürlich waren wir unzufrieden, man hat es auch bei der Mannschaft gemerkt, irgendwie, ja, wenn du so lange in Überzahl bist, das können wir auch alles einschätzen. Aber es gab auch ein Hinrundenspiel, was ähnlich verlaufen ist, mit Rückstand, mit Ausgleich und dann in Überzahl verloren. Auch da hat die Mannschaft einen großen Schritt getan und wir sind auf einem guten Weg, werden gerne dreifach gepunktet. Aber ich lasse mir da nicht alles madig machen und wir gehen unseren Weg weiter. Nach dieser Klatsche gegen Leipzig standen wir sieben Punkte hinter Platz 15 auf dem Tabellennetz. Du hast selber gesagt, eigentlich waren wir schon abgestiegen. Ich habe aber das Gefühl gehabt, danach hat sich die Mannschaft so ein bisschen verschworen und strahlt jetzt aus, dass sie als Gemeinschaft auf einer Mission sind. Ist das so oder wirkt es nur so? Nein, das ist so. Und diese Mission hat ja schon begonnen, sage ich mal, als ich hier Trainer wurde. Und manchmal sind die die Wege. Also ich denke, dass ich bisher in all meinen Mannschaften, ob es jetzt in der Jugend war, ob das, dass ich gesagt habe, ich denke, dass ich Mannschaften entwickeln kann. Und manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Du brauchst, ja, du brauchst auch ein bisschen Spielglück. Du brauchst gewisse Situationen, die mal für dich laufen. Dann haben wir im Winter, denke ich mal, gute Transfers getätigt, die uns einfach helfen. Wo Peter und André und René grandiose Arbeit gemacht haben. Eine Vorarbeit für mich, wo ich dann mitentscheiden konnte, sind diese Spieler was. Und da hat sich ja auch was gefunden und die haben einfach gepasst. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man immer, wie gesagt, daran glaubt. Und natürlich war dieses Leipzig-Spiel, wie gesagt, ich habe letztes Jahr in Bochum auch ein Spiel erlebt, was nicht so toll war. Und danach kam so ein bisschen die Wende. Und dann hast du natürlich das Gefühl, ja, irgendwie hast du das schon mal erlebt. Und manchmal kann es hilfreich sein. Und dann natürlich auch die Fans, die dann da waren, flutlich was eingeweiht. Plus das Training vorher, wenn 3.000 Leute auf einmal da sind und die Mannschaft unterstützen, nochmal eine klare Ansage kommt, was wird hier verlangt. Und deswegen sage ich ja, man verlangt ja nichts zum Möglichen. Man verlangt Maloche. Und der Kader ist vielleicht qualitativ schlechter als andere. Das akzeptieren wir auch. Aber ich akzeptiere nicht, wenn die Mentalität nicht stimmt. Und das haben wir ganz gut hinbekommen. Und man sieht auch, dass man vielleicht mit ein bisschen weniger Qualität innerhalb einzelner Spieler, aber über das Kollektiv mithalten kann. In Bochum warst du der Rivale von Schalke. Jetzt bist du Teil von Schalke. Inwieweit unterscheidet sich die Wahrnehmung von außen von der, wo du jetzt innen bist? Zum einen unterscheidet sie sich gar nicht so groß. Also letztendlich zieht sich sehr viel Energie. Also das merke ich täglich. Aber das macht es ja auch aus. Aber ich habe von außen auch immer wahrgenommen, das mediale. Selbst als Schalke zweite Liga war, da wurde ja permanent jeden Tag ein anderer Artikel. Und ja, manchmal negativ oder sehr häufig negativ, wo alle, ob jetzt einer böse gesagt hat, keine Ahnung, den Schuh nicht geputzt hat, ob das war, wurde sehr aufgebauscht. Und dann hat man schon gemerkt, dass dieser Verein natürlich ein sehr, sehr großes mediales Interesse auch außerhalb vom Ruhrgebiet hat. Und das musstest du dir mit Bochum erstmal ein bisschen erarbeiten. Aber wenn du dann selber Teil davon bist, dann merkst du erstmal diese Power, diese Wucht, diese Strahlkraft, was einfach nach außen hin ist. Und da musst du dich halt stellen. Und ja, das kostet täglich Energie. Und deswegen versuche ich in meiner vermeintlichen freien Zeit die Energie irgendwie wieder aufzuladen, um dann für den nächsten Tag wieder präpariert zu sein. Ich bin jetzt auch nicht erst seit gestern hier mit diesem Verein verbunden. Aber ich habe selten, glaube ich, das Gefühl gehabt, dass eine solche belastbare Symbiose aus Fans und Mannschaft besteht wie aktuell. Worin liegt das Geheimnis? Das Geheimnis liegt darin, dass die Fans einfach ein sehr feines Gespür entwickelt haben, dass es dieses Jahr nur um den Klassenerhalt gehen kann. Dass wir bisher sehr leidensfähig waren und ich kann auch jetzt schon sagen, dass wir leidensfähig sein müssen. Weil das wird bis zum Ende eine sehr, sehr enge Sache werden. Und ich bin überzeugt, dass wir um den Klassenerhalt sehr, sehr lange mitreden und vielleicht auch am letzten Spieltag erst den Klassenerhalt erreichen. Mir wäre es natürlich lieber, wenn wir das vorher schaffen. Aber ich habe gesagt, natürlich, aber deswegen sage ich, muss man vielleicht mehr Geduld haben. Und das haben die Fans wirklich sehr, sehr gut dieses Gespür entwickelt. Und Sie sehen, dass die Mannschaft kämpft. Wir werden nicht immer den tollsten Fußball spielen. Das können wir auch nicht, das kann man auch nicht erwarten. Wir müssen im Moment schauen, dass wir erfolgreich spielen. Das tun wir einigermaßen. Natürlich möchte man gerne noch mehr Punkte haben, aber wir sind wieder im Rennen. Und das ist das, was sich halt hier dementsprechend entwickelt hat. Und wenn man sieht, wie viele Leute in Augsburg waren. Und ich hoffe, dass das nicht falsch verstanden wird. Auch das ist ja irgendwo eine Belastung vielleicht auch für die Spieler. Einerseits super, ja, dieser Druck, weil du hast gefühlt ein Heimspiel. Und trotzdem macht das was mit einem Spieler, wenn da auch schon so viele Leute mitfahren. Und dann sieht man einfach, dass das zusammengewachsen ist. Und wir müssen uns der Situation immer stellen. Und da sind wir schon auf einem ganz, ganz guten Weg. Und ich hoffe, dass die Unterstützung definitiv bleibt. Und dass wir gemeinsam vielleicht am letzten Spieltag was Tolles erreicht haben. Fußball ist kein Wunschkonzert. Trotzdem, wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen von der Mannschaft, von der sportlichen Leitung und von den Fans? Ja, von den Fans denke ich, sind meine Wünsche schon alle erfüllt worden. Sie stehen mit Mann und Maus hinter der Mannschaft. Von der Mannschaft erwarte ich oder würde ich mir wünschen, dass er den Fans vieles zurückgeben. Dass wir gemeinsam unser Ziel erreichen. Weil ich denke, dann hat die Mannschaft vieles zurückgegeben, was die Fans an Vorarbeit geleistet haben. Und von meinem Vorstand hoffe ich mir einfach, dass Kontinuität in den Verein reingehört. Das muss jetzt unabhängig von meiner Person sein. Ich denke, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Dass wir uns gefunden haben, zusammengeschweißt wurden, weil die Situation nicht ganz einfach ist. Und auf Schalke wird nie Ruhe einkehren. Das wird definitiv so sein, weil die Ansprüche steigen. Deswegen sieht man es ja auch jetzt schon wieder. Das ist auch das Gute. Das macht mir als Trainer die Arbeit auch manchmal leichter, weil keiner hat Lust, in der Kritik zu stehen. Also sind die Spieler gefordert, ist der Trainer gefordert, der gesamte Vorstand. Aber ich würde mir wünschen, dass es eine familiäre Sache, dass es so weitergeht. Und dass wir im inneren Kreis zusammenhalten und damit unseren tollen Fans Ende der Saison etwas Tolles erreicht haben. Thomas, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war so intensiv, dass unser Kaffee relativ kalt geworden ist. Ich glaube, wir schütten uns nochmal einen frischen ein. Definitiv. Vielen Dank und natürlich viel Erfolg für den weiteren Saisonverlauf. Danke.